Die werden doch alle drauf unterschreiben. Arizona Superbowl-Bälle. Bei unseren YouTube-Videos werden wir diese Bälle verlosen. Hashtag gib mir den Ball. Ich stimme, Patrick ist der größte Grammatik... Weiß ich nicht, ey. Deutschlehrer, den es gibt. Das Stimme ist, wenn er sich verspricht, was er ja auch sehr, sehr oft macht, Sami. Nein. Korrigiert er sich sofort? Sie ist die größte Erdreiter, wirklich. Jennys Meinung zählt hier gar nicht mehr, weil sie immer, weil sie immer, egal was wir machen, war Patrick so... Nein. Ich hab einen, ich nenne nur... Jetzt kommt Cut, Replay, wie sie erzählt, wie sie zu Football Brogan ist. Also damals... Ich wusste ja nicht, wer der Esumé ist. Aber er war so sympathisch. Und dann hat er mir diese Opportunity gegeben. Und deswegen bin ich für immer loyal zu ihr. Gezogen und weitergegessen. Samy, das kommt davon, wenn man cool sein würde. Also, wie ihr alle wisst, ich bin ja mit Sami im Zimmer. Weil eigentlich jeden Morgen zieht der irgendein Bullshit ab, wenn ich aufs Klo gehe. Gestern bin ich aufs Klo gegangen. Dann gehe ich raus. Er steht so vor mir. Was geht? Kein Handy mitgenommen. Ich hab kein Licht gebaut. Ich hab gedacht, alles cool. Es wird schon langsam heller. Ich gehe zurück. Er liegt vor meinem Bett auf dem Boden. Ich hab's nicht gesehen, gell. Mein Mann mal unbewusst. Ich will ins Bett. Auf einmal, ich höre so... Alter. Wir zocken heute ein bisschen mehr. Wir fangen gleich schon mal kurz an. Ich glaube, Björn und Patrick sind schon heiß. Nein! Falsche Knopf gedrückt. Hat der Ding gefangen? Hat der Ding gefangen? Hat der Ding gefangen? Hat der Ding gefangen, ey! Alter, das muss er doch... Leute, seht ihr? Jörn weiß nicht, was er tut. Ich hab voll den Falsch Knopf gedrückt. Alter, ich hasse es. Ich bin erst seit gestern hier on. Kann es aber sein, dass hier immer einer heult? Das musst du gerade sagen, ey! Rastow und Zehn an der 21 für die Buffalo Bills. Angeführt von Head Coach Ezume. Ich bin jetzt hier so... Ohne mein Ding! Ohne meinen Ding! Ohne mein Ding! Hamburgberg ist die beste Leute zum... Was? Oh! Oh! Was? Es ist neu! Oh! Oh! Der Hitttick ist für real! Oh! Yeah! Was! Was? Yes! Ja! Ich komprim! Good Defender, Baby! Good Defender, Alter! Ey, Good Defender war geschlagen wie ne Trommel, Alter! Empty Formation, Pass über die ... Oh! Er hat ihn! Alter, so ... Oh! 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 Ey, diese ... Hau ab! Das war's! Und das war's! Und die Spieler feiern! Und es gibt eine ... Es gibt eine ... Gleich an der Seitenlinie! Security! Security! Also ich würde mich dazwischen begegnen ... Rote Flagge! 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 Ich darf mich nicht verletzen! Die Mikrofone! Er ist weg! Ich habe hier echt spät gestartet, ne? Ich bin aufs Kalle! All right, Madden, here we go! Oh Gott! What are you doing? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist hier noch rein? Oh, let's go! To the crick! Ich wollte einfach auch Spaß spielen! Nein, nein! Es gibt keinen Spaß, sondern immer ... Hey! Hey, hey! Wir sind Business, Alter! Willkommen in Björns Welt! Es gibt keinen Spaß! Was ist los, ey? Bromance ging ran, ey! Was ist los? Sideline Reporter Jakob Johnson ist am Start! Wir sehen hier ein knappes Spiel, bis jetzt wenig Punkte, dafür viel Effort! Kasim Medebali im Wahlbesitz. Alexander Röster eins gegen eins gegen Kasim! Wenig Schusstechnik! Und Markus Sotcher mit den zweiten Punkten für Team Bromance! Jetzt werden die Jungs aber warm! Bromantiker, wir machen die nächste Challenge mit unseren Brolympics, wieder mal präsentiert von AG1 und heute geht es um Basketball. Ich hätte eine Frage an der Seite. Jenny, ich muss kurz nach Vegas tippen für den Rest des Afternoons. Würdest du für mich spielen? Okay, Nummer eins! Patrick, Marc, Jakob, Björn, Marcel, Sami, Kasim! ifang Wuuuuhhh Wuuuuhhh Wuuuhhh Wuuuhhh Wuuuhh Stop playing with me! Wuuuuhh Wuuuuh Das ist dein Freund. Das ist mein Podcast, Maddi. Ja, geh mal. Er läuft auf den Markt. Der kriegt gerade noch umarmung. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Er macht so unzauberlich genauer Hintergrund. Machst du? Oh, Alter. Das ist doch nicht ein Podcast. Ey, die Klippen. Ja, Kasim ist zweiter. Patrick hat fünf. Patrick ist dritter. Patrick hat fünf Punkte bei den Olympiques. Okay, okay, da ist er. Er hat es endlich geschafft. Die vier heißt vier Punkte. Wir hören Marcin Torcher bei den Olympiques. Hat er ja gemacht. Björn ist fünfter geworden. Er hat drei Punkte. Jenny dreht durch jetzt. Acht. Wer wird vorletzter und wer letzt... Okay, jetzt haben beide 18 Punkte. Du hast nur nächstes Glück gehabt bis jetzt. Okay, Jenny hat damit zwei Punkte. Und Sami wurde... Sami wurde auf den letzten Platz verbannt. Kasim und ich zocken. So, naja, alles gut. Madden. Die Leute wollen ein paar mehr Punkte sehen. Die Leute wollen immer Punkte sehen. Ah! Da kommen die Emotionen von Sami. Overtime. Nein, das ist der Overtime. Du hast gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja. Heute war geil. Morgen wird noch geiler. Morgen, ab 17 Uhr deutsche Zeit. Football-Romance live auf Twitch. Marc, was sagt man, wenn man aufhört? Tschö-ma-do.